Hallöchen und Willkommen zurück zu Shift Happens mit TinkerLeo. Hallo meine liebe Rose. Es ist so lange her, wir haben bestimmt alles verlernt. Und wir haben nur noch unglaubliche 4 Level vor uns. Denn, ich kann das bei mir glaube ich zeigen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch zu sehen ist. Ja, ja, ist auch zu sehen. Die Grotte ist currently not available. Irgendwann kommt das ganze ja fertig raus, dann müssen wir weitermachen. Auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal Geier auf der Hut. Ja, ich glaube wir brauchen... Also ich habe echt kurz überlegt, ob ich nochmal probieren soll. Und dann dachte ich, komm es ist witziger, wenn wir jetzt irgendwie 3, 4 Wochen... 2, 3, 3, 4, weiß es gar nicht, Wochen nicht haben. Und wieder reinkommen müssen. Ne Weile haben wir nicht und deswegen... Ich hab schon Punkte. Ist doch doof, bist du. Was ist das? Oh, das bewegt das da unten, okay. Ja, ich geh mal. Kannst du mich jetzt hochpuffen? Hilf mal, hilf mal richtig. Äh. Ne, du musst auch... ach so. Ah, okay, warte. Holy shit. Aua, mein Kopf. Aua. 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 Ach so, doch, guck mal. Du kannst jetzt auf das Ding hüpfen und jetzt hoch. Ne, ne, du musst durch die Kakteen durch, deswegen... Oh, warte, muss immer ein kleiner sein, glaube ich. Ach, warte, du meinst, ich muss hier hoch? Ja. Warte, dann habe ich keine Punkte gehabt, ey. Ja, die hätte ich direkt genommen. Auch shit. Sehr gut, wenn du das machst. Mach das noch 2, 3 Mal, dann ist das witziger. Ah, ich muss dich fangen, okay. Ja, das war wohl nix. Du musst schon höher springen. Ah, warte, guck mal, da links ist so ein Ding. What? Wir haben ja schon direkt gebummelt. Oh, come on. Hol das Ding, hol das Ding links. Oh shit. Oh, das ist aber so eins. Oh. Ah. Wow. Was? Werdig, 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 werdig. Nein. No. Oh. Links, links, links. Ja. Rück hoch. Nein. Ah, bullshit. Ah, nein. Oh Gott. Yeah. Easy. Natürlich sind alles deine Punkte, das war ja klar. Klar. So. Oh, Kaka war da eben wieder hoch. Haben wir gut gemacht. Okay. Schaffen wir das jetzt? Na ja, so wie wir... Genau. So. So halt. Okay. Hup. Ich vergesse, dass man mit dickes nicht so weit springen kann. Das war easy. Dafür hat's gereicht. Ja, das war mega easy. Ja. Oh. Oh, okay. Okay, 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 okay. Tinker klug. Warte, wir müssen weiter nach links. Hast du gedacht, wir müssen einmal durch. Oh shit, siehst du die Geier da? Die Polygongeier? Meinst du, die tun uns was? Nö, keine Ahnung. Oh, hängst sie. Und jetzt musst du. Das sieht gut aus. Du musst, glaub ich, klein sein. Ja, du musst oben drüber weiter, oder? Kann ich noch nicht durch? Nee. Dann muss ich klein sein, warte. Ja, genau, genau. Dann kommst du nicht hier oben rum drüber. Und jetzt musst du klein sein? Aber wir können's noch. Ja, ja, ja. Wie komm ich denn? Aber wie werfe ich denn jetzt was dagegen? Warte, ich bleib mal auf der linken Seite. Komm mal, komm mal wieder rüber. Und du musst jetzt quasi da runter springen. Mach das mal als kleiner. Hä? Und sobald du in der Mitte bist. Haha. Jetzt, komm her. Genau, und. Aua. Das war so klar. Und jetzt sammelt es ein, du Arsch. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich so nicht. Das geht so nicht. Pass auf, das geht anders. Warte mal. Nein, lass mich. Mach das Ding nochmal. Mach. So. Jetzt, pass auf. Du musst, nein, du musst auch zu mir kommen. Okay. Was, auch? Okay, 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 okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Äh, kann ich gar nicht. Ich kann ja nicht den Hebel umlegen und, äh, auf der anderen Seite sein. Also einer von uns muss hier drinnen sein irgendwie. Oh, warte. Ah ja, guck mal! Ja, aber du... Was ist es? Pass auf. Äh, du hüp... Warte. Oh, äh. Ist das jetzt, warte? Jetzt. Äh, ich bin so klug. Ernsthaft? Ja, komm da durch. Alter, du bist ja der Hammer bist du. Zack. Uh, Jesus. Ja, aber so komme ich nicht darüber, oder? Fang mich! Schaff so. Wie schön in die Luft kreist. Wow! Okay. Ich weiß nicht, wie ich an die da oben komme. Also, wenn du nochmal rüberkommst, kann ich dich hochwerfen, aber... Wow! Genau. Und du müsstest ja jetzt von alleine wieder hier rüberkommnen. Ja, das schaff ich. Aber wir sind so gut! Wir sind der Hammer! Wir sind noch voll... Wow! Hahaha! Scheiße! Dammit! Oh! Dammit! Oh, nein! Echt jetzt? Oh, Bullshit! Das ist gemein! Wow! Bei so einem schweren Spiel ist das voll gemein. Wir holen aber nicht nochmal dieses Ding da unten, oder? Natürlich holen wir das! Oh, kack! Ach, Höschen! So! Hä? Hol's, hol's, hol's! Wuhu! Okay. Ach ja, warte mal. Ich muss jetzt wieder klein sein. Guck mal, easy! Natürlich holen wir das. Hä? Das war nichts. Ich muss mich schon in die richtige Richtung fangen. Bullshit! Das gibt's auch gar nicht! Das hat eben schon nicht funktioniert. Ah. Yes! Aha! So! Ja! wir wechseln wenigstens ab dass jeder was muss ich gar nicht aber hätte ich vielleicht machen soll damit ich nicht sterbe muss einfach durch fast fast okay wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein also es darf immer nur einer von uns sterben dass wir jetzt von vorteil wie du den punkt hättest wohl wollen als ich komme hier rüber ja ich darf nicht probiert mal und die ich glaube aber wir müssen bei oben müssen beide in die mitte und dann von hier aus kann ich einfach nach oben heißen was ein sehr schön war jetzt aber hier ein bisschen aufpassen ich glaube hier muss ich dich rüber werfen ja gut ich fand ich wir haben aber schon wieder irgendwo punkte vergessen ich habe keine ahnung wo man aber da war wirklich nichts da muss eigentlich ja 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 es war das denn gestorben ich weiß nicht wo also irgendwas war mit den geiern ich habe keine punkte verloren ich bin ich weiß nicht mal da oben drauf oben drauf wo warte jetzt ruhig ich weiß nicht darüber ja ja so kommen wir wieder zurück aber also bei den geiern recht guck mal was soll hier noch ein extra war so ich weiß es nicht weil ich gibt sie einfach nicht mehr aber kann ja nicht sein vorstellen bringen du mal zuerst aber ich muss ich finde hier überwerfen angesagt ne oh shit ja genau so ich weiß ich bin auch unmöglich auf dem weg kommen wobei mir warst du weg ja manchmal gibt es hier diverse sind issues okay dann ja wir machen uns gut wir machen uns wirklich gut dafür dass wir schon lange nicht mehr gespielt haben finde ich auch dass wir uns gut machen perfekt in der nächsten folge alle punkte ich hoffe es doch wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge also vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal